Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Heute mit einer Schauspielerin, die heißt Carina Wiese. Und die wiederum hat eine Hauptrolle erwischt und zwar in einer neuen ZDF-Serie, die heißt WAPO Elbe, Wasserschutzpolizei Elbe. Und das ist ja ganz spannend, dass im Grunde genommen die Krimiserien auf alle möglichen Tatorte umgebaut werden. Da gibt es also natürlich den klassischen Krimi, wo irgendjemand in irgendeinem Haus umgebracht wird und da muss man wissen, wer ist denn der Täter? Hier geht es darum, dass sich alles irgendwie im Bereich der Wasserschutzpolizei abspielt, also am Wasser. Was ist der Reiz daran und wie ist sie an diese Rolle gekommen? Das alles erfahrt ihr in diesem Podcast. Viel Spaß. Der Thomas Koschwitz Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und es wird nicht so viel gestorben, also glücklicherweise weltweit, wie im Moment in den Fernsehsendern. Also im deutschen Farbfernsehen gibt es Krimis ohne Ende. Egal ob bei Netflix, ob bei RTL oder auch in der ARD. Überall funktionieren Krimis wunderbar. Und nun gibt es eine neue Serie, die beginnt am 14. Februar. Und zwar aus der WAPO-Serie. Die ersten waren ja die WAPO-Bodensee-Folgen. Und jetzt gibt es was Neues, nämlich WAPO Elbe. Und eine der Hauptdarstellerinnen heißt Carina Wiese und ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen, Carina Wiese. Hallo, Herr Koschwitz. Ich grüße Sie. So, Sie sind da. In welcher Rolle unterwegs? Sie sind ein Teil dieser Wasserschutzpolizeistaffel. Genau. Also ich bin die Dienststellenleiterin und Hauptkommissarin. Und wir sind zu viert. Also wir sind ein relativ kleines Team. Und ich bin, ja, die, ich glaube auch die Älteste. Ja. Also jedenfalls so irgendwie diejenige, habe ich das Gefühl, ich habe zwei Folgen gucken können, die so ein bisschen sich fühlt als die Mutter von der Kompanie. Also da, Sie haben die Ruhe weg, sagen aber ganz genau, was jetzt als nächstes passieren muss. Was ist das für ein Typ? Also mögen Sie diese Polizistin, die Sie da spielen? Ja, es ist lustig. Ich habe da auch schon ein bisschen was gesehen. Und es ist, die ist ganz weit weg von mir jetzt privat. Also das ist, ich gucke mir das an und sehe eine Frau, die da ihre Arbeit macht und die einfach versucht, da irgendwie durchzusteigen, je nach dem, was eben angesagt ist, was jetzt zu tun ist. Und konzentriert, pragmatisch, also alles das, was ich privat nicht bin. Aha, erzählen Sie mal, wie sind Sie denn privat? Und was ist sozusagen der Teil, der noch in der Rolle von Ihnen steckt? Der Teil, der noch in der Rolle, oh Gott, das ist eine gute Frage. Was ist eigentlich? Also tatsächlich ist es so, dass ich sage, wer ist diese Frau? Ist ja interessant. Und was macht sie jetzt? Aha. Der Teil, ich glaube, so die Sportlichkeit. Also ich fand das zum Beispiel super, dass ich morgens, gab es ja überhaupt gar keine Probleme, was ziehe ich an. Sondern das war also einfach immer das Gleiche. Und das fand ich extrem entspannend. Also das zum Beispiel macht mir Freude, nicht so viel darüber nachzudenken, was ich anziehe. In der Rolle, wohlgemerkt, weil da kann man ja manchmal Stunden im Kostüm verleben, ne? Genau. Also das hat der privaten Carina Spaß gemacht. Zack, zack, an, und fertig. Und nicht groß nachdenken. Und ansonsten, also ich glaube, es steckt noch drin, dass ich gerne im Team arbeite. Und dass ich es gerne habe, dass die anderen Leute sich irgendwie auch wohl fühlen. Und dass wir uns schön zuarbeiten. Das steckt drin, würde ich sagen. Carina Wiese ist bei Korschwitz zum Wochenende. Es gibt ab dem 14. Februar eine neue Serie, nämlich Wapo Elbe. Sie sind da sehr viel, im Grunde genommen drehen Sie dauernd draußen, weil Sie dauernd auf der Elbe unterwegs sind, richtig? Ja, eigentlich sollte das so sein, dass wir dauernd auf der Elbe sind. Tatsächlich ist das ja dann immer so beim Fernsehen, dass man dann ein, zwei Tage hat, wo dann alle Szenen abgedreht werden, die eben auf dem Schiff und auf der Elbe dann spielen. Da dreht man dann, also wir haben immer vier Folgen parallel gedreht und da werden dann hintereinander weg. Also Szenen gedreht, so zack, 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 zack. Jetzt 5, 53, jetzt 6, 71 und dann geht das hintereinander weg. Und dann haben wir aber ein sehr schönes Büro. Das ist in Pirna. Und das ist von dem Bruderverein in Pirna. Die haben da eigentlich ihre Fitnessgeräte drinstehen und können da also im Winter trainieren. Und im Sommer wird das vielleicht nicht so gebraucht. und die haben das also freundlicherweise für uns alles rausgeräumt. Und da durften wir dann unser Büro drehen. Also es ist eben kein Studio, sondern man sieht wirklich im Hintergrund die Elbe und die Wiesen und die Bäume und also alle Episodenrollen, die zu uns kamen, standen dann immer mit offenem Mund. Und haben gesagt, oh, ist schön, hier ist und wir so, ja, das ist schon ein schöner Drehort. Was glauben Sie, warum die Zuschauerinnen und Zuschauer, die ja also mit WAPO schon in allem möglichen, selbst in Duisburg gibt es eine Variante Bodensee, habe ich schon gesagt. Was fasziniert die Zuschauerinnen und Zuschauer vermutlich an dieser Serie? Also ich hoffe, dass es so ist, dass es das fasziniert, was uns auch fasziniert hat. Dass es einfach die Umgebung schön ist, dass man vielleicht diese Gegend noch nicht so oft gesehen hat, dass es einfach malerisch ist. Also das muss ich natürlich sagen, ich komme ja da aus dieser Gegend und ich liebe das natürlich. Und viel Grün, viel Natur. Dann glaube ich, was vielleicht anders ist, wir haben eben ein sehr kleines Team, also wir sind eben nur vier Leute, wie gesagt. Und das ist dann doch sehr familiär und überschaubar. Ja. Carina Wiese ist unser Gast bei Korspitz zum Wochenende. Neue Serie WAPO Elbe. Und das spielt ja an der deutsch-tschechischen Grenze. Und wie ist das eigentlich? Also Sie überqueren dauernd die Grenze, sind dauernd im Grenzbereich. Wie muss ich mir das vorstellen? Also jetzt in der ersten Staffel ist es so, dass es tatsächlich eher andersrum ist, dass tschechische Kollegen auf einmal sich dann bei uns befinden und wir nervös werden, weil die das eigentlich nicht so ungefragt dürfen. Also gut, das darf ich jetzt gar noch gar nicht verraten. Doch, doch. So in den Ansätzen schon. Wir erzählen ja nicht, wie der Fall ausgeht. Aber genau. Und dann gibt es einen Beamtenaustausch tatsächlich einmal. Genau, das ist also eine Kollegin, die gespielt von der Barbara Prakopenka, die ist dann mal praktisch bei ihren Kollegen und eine Kollegin ist bei uns. Und ja, genau, dann spielt etwas in einem Club jenseits der Grenze. So, also das ist das Thema. Und eben Drogen, die ja, das ist ja so ein bisschen Thema in dieser Gegend. Dass man was schmuggeln kann. Ja, klar. Ja, klar. Es gibt drei von Serienschauspielerinnen und Serienschauspielern, mit denen ich ja schon sprechen durfte in der Sendung, die dann irgendwie sagen, ja, so eine Serie ist toll, aber als Schauspieler ist man dann irgendwann auch sehr festgelegt auf so eine Rolle. Deswegen mögen die das mit so einer Serie gar nicht so. Wie ist es bei Ihnen? Das ist eine gute Frage. Da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ehrlich gesagt, als diese Anfrage kam, über die ich mich sehr gefreut habe, habe ich irgendwie gedacht, das ist nur eine Staffel. Ich weiß nicht warum. Und dann ging es um den Vertrag. Und da stand auf einmal, ja, und Option für eine zweite Staffel. Ich so, ach so, ja klar. Das ist ja Bapo. Das soll ja immer weitergehen. Also ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Und das ist ja auch oft so, ja, das ist dann auch manchmal wechselt oder so. Also man muss ja auch erst mal gucken, wie passt das? In unserem Fall fand ich, ich hoffe, dass die Zuschauer das dann auch so empfinden, passt es sehr gut. Also unser Team passt wunderbar. Es harmoniert. Ich kann das bestätigen, was ich da bis jetzt gesehen habe. Unterstreiche ich das sofort. Sie sind aber natürlich auch eine Frau, die man, sagen wir mal, aus dem Kino kennt. Kuss, Kuss. Oder auch die Assistenzärztin, die Wolke. Alle anderen mit Lars Eidinger und Birgit Minchmeier. Oder Phantomschmerz auch neben Tilt Schweiger. Worin unterscheidet sich das Dreharbeiten im Kino oder fürs Kino und fürs Fernsehen? Naja, es ist ganz einfach so, dass es natürlich beim Kino hat man Vorgespräche, man hat Proben, man hat viel mehr Zeit. Es geht tatsächlich viel mehr um Bilder. Und bei einer Vorabendserie ist es natürlich so, man hat alles andere als Zeit. Also es muss ganz schnell gehen. Es gibt eigentlich kaum Vorgespräche. Man macht einfach mal los. Und man hat dann eben auch vor Ort am Drehort wahnsinnig wenig Zeit. Und es ist eben viel Text zu vermitteln, sind viele Informationen. Also ich sage manchmal hetzerisch, es ist ein bebildetes Hörspiel, weil ja auch dieser Kriminalfall in der Kürze der Zeit vermittelt werden muss. Und dann fallen eben ganz viele Namen immer. Und das ist für mich übrigens privat dann immer schwierig für diese ganzen Namen. Wer ist jetzt wer? Und dann mache ich mir so Bilderchen und so, damit ich durchsehe. Und ja, es muss halt dieser Film, dieser Kriminalfall ganz schnell vermittelt werden. Das ist der Unterschied, ja. Wapo Elbe, so heißt die neue Serie, die ab dem 14. Februar laufen wird. Hauptkommissarin Maike Junghans ist eine der Hauptdarstellerinnen und wird gespielt von Carina Wiese und die ist bei Coschwitz zum Wochenende. Sie haben auch, und Sie haben es eben schon angedeutet, es ist ja so wie so ein Hörspiel. Sie haben mit Hörspiel, wir sind ja beide jetzt im Radio, mit Hörspiel ganz viel zu tun, haben sogar auch schon beste schauspielerische Leistung als Preis bekommen. Die Entgiftung des Mannes zum Beispiel. Was sind das für Hörspiele, in denen Sie mitwirken? Naja, das ist eine ganz schöne, ich glaube, das heißt Hörspiel-Soap oder sowas. Es ist also eine dreiteilige Serie geschrieben von dem Holger Böhme, der ja in Sachsen sehr bekannt ist. Und das ist eine Serie zusammen mit der Anja Schneider mache ich das. Es geht um zwei Freundinnen. Und ich darf, und das ist eben der große Höhepunkt in meiner Karriere, ich darf Sächsisch sprechen. Ah. Wie klingt das dann? Also wie gehen dann die Dialoge? Ich kann kein Sächsisch? Naja, das ist tatsächlich so mit dem Sächsisch. Es gibt nicht das Sächsisch. Also man muss sich dann entscheiden. Ist es also die Seite der Elbe oder jene Seite der Elbe? Es ist ja so Bildungsbürgertum. Es ist, ja, man gibt sich Mühe und man spricht eigentlich Hochdeutsch, aber man hat dann noch so eine Vokalverfärbung und spricht aber die Konsonanten sehr deutlich aus. Ja. Und trotzdem ist das aber, also für Auswärtige, die verstehen gar nicht so richtig, was das sein soll, was das für eine Sprache ist. Oder eben man lässt einen Untergeber hängen und lässt einen redefreien Lauf. So, ja. Und da muss man sich entscheiden. Und da hatte ich tatsächlich auch zu tun. Also wie, dass das ein bisschen, also dass das trennscharf ist. Großartig. Was ich mich frage, ist, Sie haben sich ausbilden lassen, wenn ich das hier richtig lese, zur Astrologin. Ja. Erstens, warum? Zweitens, was lernt man da? Oh, das ist jetzt eine komplexe Frage. Also warum? Warum, weil mich, also erstens ist es so gewesen, dass ich tatsächlich auch eine Astrologin in der Familie hatte und das immer ganz doof fand. Ach. Und ja, so esoterisch und so Pseudo und auch so mit Angstmacherei. Und ich fand das total bescheuert. Und dann habe ich aber doch mich schon immer doch für Zusammenhänge interessiert oder weitläufig für den Sinn des Lebens, wie ja viele. Ja nicht. Ja. Und wie alles zusammenhängen könnte. Und auf dieser Ebene bin ich auf die Astrologie gestoßen, weil die sozusagen die Analogien abbildet. Das ist eigentlich eine Sprache. Also es ist ja keine Wissenschaft, sondern es ist eine Deutungskunst bzw. eine Sprache, mit der man sozusagen das Bild, was man oben am Himmel sieht, lesen kann und das übersetzen kann. Und man praktisch in dieses zyklische Denken einsteigt und das einfach extrem den Horizont erweitert. Und auch viel, ja, man viel Verständnis für seine Mitmenschen entwickelt. Weil wenn man das so sieht, so dann das Horoskop von jemandem sieht, denkt so, wow, das geht ja eigentlich gar nicht. Und dann sitzt diejenige vor einem und man denkt so, das ist ja toll, wie die das lebt. Ja. Sie haben gerade gesagt, man kann Dinge auch übersetzen. Also die Astrologie, Sie sagen richtig, ist eine Deutungskunst, keine Wissenschaft, sorgt ja dafür, dass man sozusagen Verständnis für bestimmte Charaktereigenschaften entwickelt. Aber wie kann man die denn lernen? Also was haben Sie gelernt, als Sie sagten, ich lerne jetzt Astrologie? Ach, naja, das ist unheimlich umfangreich. Es gingen, glaube ich, drei Jahre, Wochenendkurse. Und man beschäftigt sich zunächst eben mit den Elementen, mit den Zeichen, mit den Planeten, mit den Winkelbeziehungen. Und dann versucht man das zusammen zu... Dann übt man das. Wie könnte das dann aussehen? Und es ist so, bei einer Session bei einer Astrologin oder bei einem Astrologen sagt man, man erfährt eigentlich mehr über den Astrologen oder über die Astrologin als über sich selbst, weil natürlich man, ja, wie gesagt, eine Sprache finden muss, um das zu übersetzen. Und es ist ja so, dass ein Horoskop, glaube ich, in 25.000 Jahren erst wieder ungefähr wieder so auftaucht. Das heißt, man kann so viel zu so einem Horoskop sagen. Und das Tolle ist aber bei der Astrologie, weil es praktisch zu anderen Deutungskünsten oder Therapiemöglichkeiten unterscheidet. Man sieht eine zeitliche Abfolge oder eine zeitliche Auslösung. Also man kann sehen, welches Thema ist denn jetzt überhaupt relevant. Weil sonst wird man überhaupt nicht fertig. So, aber mit welchem Ziel haben Sie das gemacht? Weil Sie auch als Astrologin arbeiten wollten oder weil Sie einfach nur, in Anführungsstrichen, ich finde das sehr gut, wenn man neugierig ist, aber weil Sie nur neugierig waren? Ich glaube, weil ich erst mal nur neugierig war. Ja, denn als Astrologin arbeiten ist schon recht umfangreich. Und ich mache das natürlich auch, aber ich habe gar nicht so viel Zeit, weil ich ja eben eigentlich als Schauspielerin arbeite. Aber im Grunde ja, weil ich neugierig war und weil ich meinen Horizont erweitern wollte. Ja, und Zusammenhänge irgendwie erfahren wollte, ob es da welche gibt. Und tatsächlich ist es so, also alle, die ich kenne, wenn man einmal damit anfängt, mit Astrologie, man kann nicht mehr sagen, ach, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Oder das ist ein Riesenspektrum, was sich da einem eröffnet. Und was sagen Sie Leuten, die sagen, also das ist doch Mumpitz, was da auch in der Zeitung steht. Ich glaube das alles nicht. Auch was ein Astrologe sagt. Ja, ist ganz nett. Ich habe die und die Eigenschaften. Was entgegnen Sie dem? Also ich, naja, oft sagt jemand, na, ich glaube da ja nicht dran. Und dann sage ich immer, nee, ich glaube da auch nicht dran. Weil es nichts mit Glauben zu tun hat. Es ist wie eine Uhr. Also man guckt wie auf eine Uhr. So, ja. Und dann, natürlich braucht man das nicht. Also ich, herzlichen Glückwunsch, wenn Leute sagen, ja, das interessiert mich nicht. Ja, dann, wenn, das braucht man auch nicht. Also wenn man ohne klarkommt und wenn einem das nicht anspricht, ja, herrlich. Also man kann auch einfach in den Wald gehen. Und so, also, ja, das sage ich dann. Dass ich auch nicht dran glaube, dass es mir aber Freude macht. Carina Wiese ist Schauspielerin. Sie spielt in der neuen Serie, die Maike Junghans in Wapo Elbe und ist bei Chorspitz zum Wochenende. Und wir sprechen über A, natürlich diese neue Serie, die es ab 14. Februar geben wird. Aber wir sprechen auch über Sie als Schauspielerin. Carina, warum sind Sie Schauspielerin geworden? Was war der Motor? Oh, das ist ja auch wieder eine komplexe Frage. Also es ist tatsächlich so, dass ich schon als Kind gerne da eben in Dresden in die Märchenvorstellung gegangen bin, Sonntag früh um 10. Und dann immer rauskam und dann war ich immer das, was da in dem Film, also da war ich dann immer eine Figur, die da mitspielte. Und ich war gerne jemand anders. Ich glaube, ich bin, ich finde mich selbst als Person nicht so wahnsinnig interessant. Also ich finde einfach immer andere interessanter und bin fasziniert, deswegen vielleicht auch die Astrologie. Ich bin fasziniert von anderen Daseinsformen und gehe da gerne rein. Das finde ich herrlich. Oh, das, ja, und das wollte ich schon als Kind. Und Geschichten erzählen natürlich, Leute verführen, aber auch tatsächlich, ja, Menschen. Also es ist manchmal so zum Beispiel, dass wenn ich eine schwierige Szene vor mir habe, dass ich dann denke, das ist jetzt für alle Frauen, die das schon mal erlebt haben. Und das hilft mir dann. So, und dann bitte. Und, ja. Okay, damit kann ich was anfangen. Sie sind aber, sagen wir mal, mit vielen Berufen schon konfrontiert worden in Ihrem Leben. Also die Ausbildung zur Kleidungsfacharbeiterin haben Sie auch gemacht. Ja. Was erklärt, warum Sie am Anfang gesagt haben, ich bin so froh, dass ich nur eine Uniform tragen muss und die Klamottenfrage in dem Film, in der Serie keine große ist. Ich kann ja immer das selber anziehen. Aber trotzdem haben Sie das gemacht. Also mit allen Worten, mit Kleidung haben Sie dann ja doch was am Hut. Ja, ich wollte also immer Schauspielerin werden. Und dann kam die Pubertät. Und dann war das bei mir so, dass ich mich also wahnsinnig hässlich fand und unzulänglich, wie das dann so ist manchmal in der Pubertät. Und dann dachte ich, nee, also so hässlich kann man ja eben nicht Schauspielerin werden. Und da muss ich mir was einfallen lassen. Ich wollte aber gerne zum Theater. Also Schauspielerin war damals, ich komme hier aus der DDR, war das, man geht zum Theater. Film hatte ich da jetzt noch gar nicht so oder Fernsehen sowieso nicht. Und dann habe ich gerne genäht, schon mit 12, 13, 14 und mir so selber Sachen gebastelt. Und fand auch ein Handwerk gut. Also das finde ich auch immer noch gut, dass man ein Handwerk lernt. Und dann wollte ich Kostümgestaltung studieren. Dafür brauchte man aber Abitur und eine abgeschlossene Schneiderausbildung. Und der schnellste Weg in der DDR war praktisch die Berufsausbildung mit Abitur. Weil das ging nur drei Jahre. Und in den drei Jahren konnte man also Abitur machen. Und diesen Kleidungsfacharbeit nannte sich das. Das war ein bisschen missverständlich. Wir dachten alle tatsächlich, dass wir nähen werden, so richtig. Aber wir haben dann noch sehr viel am Band gesessen. Mhm. Aber trotzdem spannend. Und das könnten Sie aber heute auch noch. Also ich sage mal so, die Eltern sagen ja gerne, wenn ein Kind Schauspielerin oder Schauspielerin lernt, was Anständiges. Richtig. Ist das in dieser Gruppe vorzufinden? Das ist auf alle Fälle in meiner Herkunftsfamilie war das auch. Ja, klar, das war auch ein Argument. Und ich wollte auch nicht, ich wollte nicht so normal Abitur machen. Ich wollte eigentlich nach der zehnten Klasse gerne überhaupt gar keine Schule mehr machen. Und das war dann ein Kompromiss, mit dem alle leben konnten. Und ja, und genau. Aber ich nähe jetzt immer noch sehr gerne. Aber es ist auch ein bisschen wie die Astrologie. Es ist so luxus. Also ich habe fünf Nähmaschinen. Okay. Ja. Und das ist aber immer so, dass ich so, oh ja, dann im Winter, an den langen Winterabenden, dann werde ich nähen. Na so. Es ist dann vielleicht ein Winterabend, wo ich dann tatsächlich mal nähe. Also das ist so ein Sehnsuchtsding auch. So ganz in Ruhe, so Sachen zu nähen. Sagt Carina Wiese, die man jetzt demnächst sehen kann als Hauptkommissarin, als Maike Junghans in der neuen Serie Wapo Elbe. Ja, Frau Wiese, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de